Der persönliche Mentor, heute Abend, Applaus! Also das habe ich in meiner Axt-Ohr-Fröhnen-Karriere doch noch nicht gesehen. Sie nehmen jetzt noch ein Glas Sekt an der Bar, bevor die unwiderstehlichen, aufrechtgehenden Affengeile und untreuen Draufgänger kommen. Bühne frei für die absoluten Draufgänger am heutigen Abend. Sie nehmen jetzt noch ein Glas Sekt an der Bar, bevor die unwiderstehlichen, aufrechtgehenden Affengeile und untreuen Draufgänger. Sie nehmen jetzt noch ein Glas Sekt an der Bar, bevor die unwiderstehlichen, aufrechtgehenden Affengeile und untreuen Draufgänger. Wir schau dir nicht scheiß, und lasst dich mit Schatz. Du gehst mit Lass, die Tatsche ist los. Es tut mir leid,i ja auch ein Hmmer der losst, ich hoffe, er ist neust. Musik 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 Sie ist Corona-Grün, ich hab's die ganzen gesehen, dann hab ich sie noch gesagt, ob sie morgen mit mir, ein 40-mal, oder ein Zuckerzentrat. Wer zu uns hier sattet, hat's jeden Abend skontiert, aus unserem Tegu lebt ihr, zwei große Schnapps und sie sagt, komm mit nach Hause zu mir, mein Mamma lehne ich mir hier. In der Welt überdreht, steht man und ächzt, ihr ein Liebeslicht. Ihr habt ja auch so eine Kirche, wo er zieht, wir grüßen, wenn irgendwie, sie macht das Musik. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Mir war's am nächsten Tag klar, ich bin jetzt nur Corona, ich bin und bleib auch mit mir, selbst wenn sie mir verschriegt, dass sie verheiratet ist. Mit einem Baby-Altest. Ihr Mann hieß Eberhard früht, er hat die ganzen Gäste, dann hat er sie noch gefragt, ob wir morgen mit ihm vor dem heutigen Mal. Und sie hat ja gesagt, wenn wir älterste Arten nichts mehr, das gibt man und wir nicht gesehen. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. 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 Vielen Dank.